Technische Beschreibung des OBDI-Fehlercodes, Kraftstoffverteiler-Systemdruck, zu hoch. Was bedeutet das? Dieser Diagnosefehlercode DTC ist ein generischer Antriebsstrangcode, der für alle Fahrzeuge ab 1996 gilt, Audi, Dodge, Isuzu, Toyota, VW, Jeep, Chevrolet und so weiter, obwohl generisch, können die spezifischen Reparaturschritte je nach Markemodell variieren, einige Fahrzeuge sind mit einer rücklauffreien Kraftstoffversorgung ausgestattet, dies bedeutet, dass die Kraftstoffpumpe pulsbreiten moduliert ist und in der Pumpendrehzahl variieren kann, um Kraftstoff mit einer variablen Geschwindigkeit an die Schiene zu fördern, anstatt die Kraftstoffpumpe ständig laufen zu lassen und den Druck mit einem Druck zu regulieren Regler, der den Kraftstoff zurück in den Tank zurückführt, wenn ein Code P0088 angezeigt wird, bedeutet dies, dass das Antriebsstrangsteuermodul PCM einen Kraftstoffverteilerrohr oder Kraftstoffdrucksensorspannungseingang erkannt hat, der die maximalen Spezifikationen überschreitet, der Kraftstoffverteilerrohr Drucksensor ist typischerweise ein piezoelektrischer Dreileiter, normalerweise werden dem Sensor ein 5 Volt Referenzspannungssignal und ein Erdungssignal zugeführt, mit zunehmendem Kraftstoffdruck am Sensor nimmt der Sensorwiderstand ab, wenn 5 die maximale Spannung am Sensor ist und der Kraftstoffdruck am niedrigsten ist, sollte die Sensorleistung ungefähr 0,5 Volt betragen, da der Sensorwiderstand am höchsten ist, wenn der Kraftstoffdruck steigt und der Sensorwiderstand abnimmt, sollte die Sensor-Signalspannung zum PCM entsprechend auf maximal 4,5 Volt ansteigen, diese Spannungswerte sind allgemein gehalten und Sie sollten vor dem Testen das Servicehandbuch Ihres Herstellers für Ihr Fahrzeug konsultieren, es gibt ein anderes Design des Kraftstoffverteilerrohr Drucksensors, das das Ansaugvakuum enthält, anstatt den Kraftstoffverteilerrohrdruck direkt zu überwachen, überwacht der Sensor den Grad des Ansaugkrümmervakuums und der Sensorwiderstand wird entsprechend variiert, das PCM empfängt das Eingangsspannungssignal ähnlich wie der gerade Kraftstoffdrucksensor, in einer weiteren Art von Kraftstoffverteilerrohrdrucksensor ist der Kraftstoffdruckregler integriert, der Drucksensor hat keinen Einfluss auf die Regulierung des Kraftstoffdrucks zum Kraftstoffverteiler, aber der Regler kann elektronisch geregelt werden oder auch nicht, selbst wenn der Kraftstoffdruckregler und der Sensor integriert sind, kann der Regler auch vakuumbetätigt sein, die Spannung des Kraftstoffverteilerrohrdrucksensors wird vom PCM empfangen, das die Kraftstoffpumpenspannung anpasst, um den gewünschten Kraftstoffverteilerrohrdruck zu erreichen, dies fördert einen effizienteren Kraftstoffverbrauch, wenn der Kraftstoffverteilerrohrdruck höher ist als die im PCM programmierte Menge, wird ein P0088 gespeichert und möglicherweise bald eine Lampe für den Servicemotor aufleuchtet, schwere Grad und Amp-Symptome, da übermäßiger Kraftstoffdruck zu einer Vielzahl von Problemen mit dem Fahrverhalten führen und Schäden am Motor verursachen kann, sollte ein Code P0088 mit einiger Dringlichkeit untersucht werden, zu den Symptomen dieses Motorkodes können gehören, verzögerter Start, besonders wenn der Motor kühl ist, schwarzer Rauch aus der Abgasanlage verminderte Kraftstoffeffizienz unter extremen Umständen ist eine Verschmutzung der Zündkerze möglich, Motorfehlzündungscodes und Leerlaufsteuerungscodes können einem P0088 beiliegen Ursachen, mögliche Ursachen für einen P0088 Fehlercode können sein, Kraftstoffdruckregler defekt Kraftstoffverteilerrohrdrucksensor defekt Kurzschluss oder Unterbrechung der Kabel und oder Steckverbinder im Stromkreis des Kraftstoffverteilerrohrdrucksensors ein fehlerhafter PCM oder PCM Programmierfehler mögliche Lösungen, ein guter Ausgangspunkt ist immer die Suche nach Technischen Service Buildtanks, TSB, für Ihr bestimmtes Fahrzeug, Ihr Problem ist möglicherweise ein bekanntes Problem mit einem vom Hersteller herausgegebenen bekannten Fix und kann Ihnen bei der Diagnose Zeit und Geld sparen, ein Diagnosescanner, ein digitales Volt-Ohmmeter, DVOM, ein geeignetes Kraftstoffdruckmessgerät und ein Servicehandbuch des Herstellers oder ein gleichwertiges Handbuch sind für die Diagnose eines Codes P0088 von entscheidender Bedeutung Hinweis, bitte seien Sie vorsichtig, wenn Sie ein Kraftstoffmenonometer unter der Motorhaube Ihres Fahrzeugs verwenden, Kraftstoff steht unter hohem Druck und Kraftstoff, der mit heißen Oberflächen oder offenem Funken in Kontakt kommt, kann sich entzünden und schwere Körperverletzungen verursachen, ich beginne gerne mit einer Sichtprüfung der Systemverkabelung und der Steckverbinder, achten Sie besonders auf Kabelbäume und Komponenten oben am Motor. Die Wärme und der leichte Zugang, die mit diesem Bereich verbunden sind, machen ihn bei Schädlingen beliebt, die dazu neigen, die Systemverkabelung und die Anschlüsse zu beschädigen reparieren oder ersetzen Sie defekte oder beschädigte Kabel und oder Stecker nach Bedarf, zu diesem Zeitpunkt würde ich auch die Batteriespannung, die Batteriekabelverbindungen und den Generatorausgang testen, wenn das Saugrohrvakuum zur Steuerung oder Überwachung des Kraftstoffverteilerrohrdrucks verwendet wird, muss das Saugrohrvakuum ausreichen, um die Aufgabe zu erfüllen, Informationen zu akzeptablen Vakuumspezifikationen für Ihr Fahrzeug finden Sie im Servicehandbuch des Herstellers, stellen Sie sicher, dass Ihr Motor den Anforderungen entspricht, den Kraftstoffsystemdruck mit dem Kraftstoffmanometer prüfen, überprüfen Sie das Servicehandbuch auf die genauen Kraftstoffdruckspezifikationen, die für Ihr Fahrzeug gelten, befolgen Sie die Empfehlungen des Herstellers zur Verwendung des Kraftstoffmanometers, wenn der tatsächliche Kraftstoffdruck höher ist als vom Hersteller empfohlen, vermuten Sie eine Fehlfunktion des Kraftstoffdruckreglers, wenn der Kraftstoffdruck innerhalb der Spezifikationen liegt, vermuten Sie einen fehlerhaften Kraftstoffverteilerrohrdrucksensor oder Kraftstoffverteilerrohrdrucksensorkreis, befolgen Sie die Richtlinien des Herstellers zum Testen des Kraftstoffverteilerrohrdrucksensors und der Stromkreise mit dem DVOM, trennen Sie die Steuerungen vom Stromkreis, bevor Sie mit dem DVOM testen, zusätzliche Diagnosetipps und Hinweise, der Kraftstoffverteiler und die zugehörigen Komponenten stehen unter hohem Druck, seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Kraftstoffdrucksensor oder den Kraftstoffdruckregler entfernen, die Kraftstoffdruckprüfung sollte mit dem Zündschalter in der Position Schlüssel auf Motor aus, KOEO, durchgeführt werden, schalten Sie die Zündung aus, um das Kraftstoffmanometer anzuschließen zu trennen. Untertitelung des ZDF, 2020